Hallelu und recht herzlich willkommen zurück hier bei Madden NFL 20 Ultimate Team. Jawohl, wir haben das letzte Spiel 14 zu 3 gewonnen. Heute suchen wir, oder hoffen wir, nicht suchen wir, sondern hoffen wir, dass wir einen weiteren Sieg einfahren. 14 zu 3 letztes Mal, 17 zu 20 das erste Spiel verloren. Also zwei Spiele, wie sie unterschiedlich hätten nicht sein können. Einmal die Defense katastrophal, eigentlich beim ersten Spiel und beim zweiten Mal dann übertrieben stark. Hat mich natürlich sehr gefreut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen weiteren Sieg holen können mit dieser Mannschaft. Ich bin gespannt, weil Joey Bosa 93 mit dabei ist. Yes. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das läuft morgen. Ja. Mal gucken, ne? Mal gucken. Unsere Defense muss halt wieder passen, so wie letztes Mal. Letztes Mal haben wir unsere Defense irgendwann so perfekt, dass, ja, keiner mehr durchkam. Und das hat dann am Ende auch gepasst. Aber trotzdem. Was? Das wäre das ein. Das wäre ein. Das wäre ein jetzt. Woll. Listen plays. Cover to press. Wollen die Taktiken, die das letzte Mal so gut funktioniert haben. Mal gucken, wie es heute ist. Wir spielen wieder zu Hause. Drei Spiele, dreimal zu Hause. Okay. Okay. Jawoll. Das ist das selbe Taktik wieder. Und er ist daunen. Forts und vor. Wir sind jetzt gleich auf dem ersten. Ja, und er schafft's. Scheiße. Und er wird es einfach auf den 45 und die 44. A pick-up von 10 und das ist genug für ein Oakland 1st down. A pair of 1st downs gives him a 1st und 10 up at the 44. A throw on the quick slant, gonna be complete. A good pick-up there. 8 yards on the 1st down completion. A 2nd and 2 after that last catch good for 8 yards. Now here's Young. Die funktioniert nicht. Die funktioniert nicht. Die hat einen Kях下次贅. Ja. Und das istcalier Bosa. Incomplete Wait for him to catch all the way because of the presence of the defense right there as he was trying to haul it in Yeah nice job to force the incomplete now they're coming up on play number eight and he's a kicker is 4 und 6. Das ist natürlich kacke. Kamen zweit? Intercept! Nein! Er hätte ihn nur fangen müssen. Oh, er hätte ihn nur fangen müssen. Alter, das gibt es auch nicht. Im Endeffekt, ja, er steht jetzt an der 18-Yard-Linie. Ist auch nicht schlecht. Aber trotzdem, er hätte ihn halt nur fangen müssen. No, no, no! And he'll lose yardage on this one back to the 13. It's a loss of 5 there bringing up 2nd. He has elite instincts from his linebacker spot. He's able to diagnose the run and flies in like a missile to stop that one behind the line of scrimmage. On 2nd down, Eckler. And he takes us across the 15 to the 17. Give him 4 on the carry there Oh mein Gott, er fumbelt. Für was drücke ich denn R1? Wenn er sowieso die Fliege macht, Alter. Das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Das ist außerhalb um die Leute, die dabei nicht gemacht haben. Es gab nicht sovor $1 in die Fliege nicht, so ver haftet ihr es 탄 und Accompetiven. In diesem Patienten machen wir's anmerkens,... Wir haben es dann da Fett durch irgendwelche Reduze nach in der walker. hjälpte bei der Bes parameter 1? Das ist der Fall. Oh mein, wo läuft Johnston denn hin? Was war denn das gerade? Er läuft einfach gerade raus. Oh mein Gott. Alter, was war das denn von Johnston? Das war ein kompletter Reinfall von ihm. Oh Mann. Toll. Wir müssten hier in dieses Spiel reinfinden bei einem Gegner, der zehnmal so stark ist wie wir. Der Charger drive about to get going and they had the fumble last time that led to a touchdown. That's a no-no. We'll see what they do here. Let's go around. A big no-no. Put that in capital letters. Second. Ich bin echt interessiert dieser Fahrsch. Die andere team takes it down and scores. That could be a deflator for a football team. Now it's up to the offense to get back out on the field and pick things up. They're out there. We'll see if they can pick those things back up. After 1-7, nothing. On EA Sports. Boah, Alter. War drüber, war drüber. Was? 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 Wie, wie, wie kann denn der nicht zählen? Der, mit beiden Füßen war er drüber. Was? Ach komm, das ist doch, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, Alter. Oh, wow. Wow. Was ein Witz. Was ein Witz. Das gibt's ja gar nicht. Man kann's das noch nie mal challengen, also das ist, das ist hart lächerlich, sorry. Beide Füße sind über der Linie. Das ist ein easy throw. Das ist ein easy throw. So now 2nd and 10 after the incompletion on 1st down. Bell. Yeah. Gut, gut. Bell kämpft sich frei. Wow. Wow. Ja, klar. Das ist, weißt du, dann checkst du ihn und er fällt nach vorne. Meine, ich stehe bei beiden Füßen über der 1st down Linie, wird nach hinten gezogen und es gibt 4th down. Was? Alter, die sind doch betrunken ohne Witz. Das ist halt einfach ärgerlich, sowas. Cover 1, contain. Gebt euch mal, wie schnell der ist. Hammer. Super coole Gegner. Super coole Gegner. Das ist aber 4 mal so schnell wie meine. Aber verkickt ihn. Minigstens etwas. Minigstens etwas. Okay. Das Team ist nur ein bisschen besser als unseres. Nur ganz bisschen. Outside Hand Off. Strong Stretch. Okay. Okay. Wie, das ist der eigene Spiel. Das gibt es halt gar nicht. Was macht Justchick denn da? Der soll blocken und auf einmal hier, pass auf. Da zieht man sich, was schade ist. Geht einen Schritt zurück und blockt uns. Ja, super. Super. Oh man. Problem das einfach. Das ist heute ein Spiel, wo wir was lernen. Ja. Dann wirf halt. Ich sag's. Alter. Das ist so ein Witz. Was war das denn jetzt? Winslow-Kreis. Lockett muss das Ziel sein mit Viereck. Winslow. Winslow. Wir sind eh schon hinten. Ja. Wir müssen jetzt einfach versuchen, dass wir das hinkriegen. Was war das denn? Der steht schon bei mir. Da hat Vic noch nicht mal den Ball richtig in der Hand. Der steht schon bei mir. Schaut euch das an! The fuck, wie soll ich den Ding kriegen? Der läuft viermal so schnell wie meine. Keine Chance. Keine Chance. Der Overloads-Team klingt uns gar nichts, weil der ist immer frei. Der Tight End ist immer frei da. Das ist ein Fumble. Er verliert immer wie ein Tacklen. Aber das ist kein Pass. Ach komm. Also das ist schon lächerlich. Jawohl. Geblockt. Kommt schon Jungs, nur ein Feed-Goal zulassen. Nur ein Feed-Goal zulassen. Boah. 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 Ja, Interception. Interception, ja. Hammer. Und dann ist er in dieser Mulde fest und kommst nicht weg. Hammer. Hammer. Ja, hier haben wir es auch nie. Wenn es nur ansatzweise so ist, wie es sonst ist, kommen wir da nicht weg. Boah. Was war denn das, Alter? Komplett Outscored. Natürlich auch vom Rating her. Komplett Outscored. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Yay. Yay. Play-Type. Run. Especially. Danke. Inside Hand-Off. Ich hätte gerne aber jemanden, der mir blockt, um ehrlich zu sein. Und der hier Dive. Mach. Keine Chance. Keine Chance. Die sind durch bei unseren Leuten. Da. Null. 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 Hier. Hier. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Da, der hält ihn nicht mal fest. Der läuft einfach nur an ihm vorbei. Ohne jegliche Chance. Ohne jegliche Chance. Ohne jegliche Chance. Probieren wir es einfach mal. Das Team ist einfach zehnmal so stark wie unseres. Und dann hast du keine Chance. Das letzte Mal hatten wir halt noch Gegner, die gleich stark waren. Hier, schaut euch das an. Schaut euch das an. Da kann keiner von uns mithalten. Keiner. Den hat er von dem wir gehabt. Wir haben keine Chance, zu tun in dieser Mannschaft. Das gibt's halt nicht. Warum, warum sieht denn keiner in meiner Defense? Alle stehen sie irgendwo und der steht doch drei, vier, zehn Sekunden komplett frei rum. Bevor irgendjemand sagt, oh, warte mal, da steht ja jemand. Ja, wirklich. Gibt's ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie er da rankommt, aber er kommt dran. Das war wichtig. Ich habe vor Hamsen. Wir haben hier keine Zeit zum Ausrufen. Äh, hier. Das muss man jetzt echt mal als Trainingsspiel für die Defense sehen. Schaut euch das an! Oh, theoretisch gut. Pass macht er denn! Eine Seite ist komplett frei und er legt sich hin. Bist du dicht, oder was? Konzept. Äh, nein. Playtype. Quick Pass. Probieren wir einfach kurz die Slants. Keine Chance. Keine Chance. Was ist meine O-Line? So schlecht. Die ist so schlecht. Vielleicht sollten wir einfach mal mit weglaufen. Ja, das wird eng. Das wird eng. Spiel ab. Ja. Vergiss es. Er hätte mir nicht mehr weglaufen können von da hinten. Ähm, wir kommen nicht weg, weil der ist, weil mit, der ist an Michael Wick. Hier. Da hab ich mich, da hab ich, da fängt Wick den Ball und ich muss erst mal schauen, wer frei ist. Da steht er schon mit zwei Leuten bei mir. Was, was soll ich da machen? Da hab ich keine Chance gegen so einen Gegner. Das war ursprünglich der Grund, warum ich eigentlich kein, kein Ultimate, also kein Head-to-Head spielen wollte, weil ich einfach noch zu unerfahren bin für sowas. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß, dass ich zu unerfahren bin für sowas. Keine Chance. Keine Chance. Der läuft doppelt so schnell wie unsere. Da brauchen wir gar nicht lange rumdiskutieren, dass wir da keine Chance haben. Jetzt Achtung. Ja, nice. Greifen doch an. Jo. Was? Wenigstens das. Wenigstens das. Alter. Na, endlich mal ein gescheiter Run hier. Endlich mal ein gescheiter Run. Aber ihr habt es wieder gesehen. Er war sofort da. Aber jetzt haben wir anscheinend... Das ist aus dem Ekel. Und wir haben eine Taktik gefunden, die wir ihn zum Laufen kriegen. Oh. Nein. Er fummelt. Oh. Boah. Boah. Alter. Sorry. Da ist mir jetzt kurz Angst und Bange geworden, weil das ist echt... Nicht zu unterschätzen. Ja. Und diesmal... Und das ist gut. Knocked back to the 20. That'll go as a loss of five. And it'll make this a second and long. Vic now. Now they go screen. It's complete. The ball comes out. And this is gonna get out of bounds. So they will gain a bit of yardage on the play actually. And they hold on to the football as well. Take 99. Take 99. Take 99. Oh mein Gott. Was war das denn? Hier. Ich weiß halt auch nicht, was Michael Victor macht. Aber wirklich, the big one? They just took everything away. And he was really kind of flummockst on that play and ended up taking the sack. Nein. Oh mein Gott. Das gibt's gar nicht. Das ist halt auch unglücklich jetzt. Also... Zu nem Scheißtag kommt jetzt noch viel Scheiße dazu. Das ist halt echt ärgerlich gerade. So und schaut euch dieses Tempo an. Was soll ich denn da machen? Der rennt halt zehnmal so schnell wie meine. Nicht komplett outgescored. Schaut euch das an. Das ist Ingram. Der hat 92. Das ist Ingram. Der hat 92. 92. Ingram kommt da nicht hinterher. Alter. Keine Chance. Keine Chance. Das ist sicher tut das weh irgendwo, aber... Oh Mann, diesmal kommt er durch. Diesmal kommt er nicht... Nein, nein, nein. Ja, er kommt nicht durch. Puh. 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 So ging's mir. Danke, Coach Lynn. So ging's mir heute. Scheiß aufs Playbook. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein Satz mit Dicks. Das war ein Satz mit Dicks. Das war ein Satz mit Dicks. Okay, we'll try and get you back next time. But as for today, you guys are nails out there. Ah, boy. Passiert. Passiert. Aber das vierte zu null. Im dritten nur noch zwei. Da waren wir besser. Wir haben uns gesteigert. In der Defense. Wir haben uns in der Defense gesteigert. Aber natürlich... viel, viel Potenzial, was wir da noch rausholen müssen aus unserer Mannschaft, weil... Heute haben wir es gesehen gegen ein Team, was deutlich stärker ist als wir. Keine Chance. Keine Chance. Und dennoch drei Takeaways. Dennoch drei Takeaways. Das muss man uns lassen. Aber heute gab es nichts zu holen. Gar nichts. Und dennoch Michael Wick für 72,87,5. Immer noch besser als Steve Young gelten. Muss man auch festhalten. Aber ansonsten... Keine... Einzige Chance. Das war der Sack oder an Michael Wick. Jawohl. Hier. Poster. Nein. Oh, nee. Wie sucht man denn? Ah, hier. Ansonsten hatten wir heute keine Chance. Bosa, der uns da komplett killt. Das war ärgerlich, ja. Aber mei, passiert. Muss man hinnehmen. Blick geht nach vorne. Haben noch ein paar Spiele. Das nächste ist nächsten Donnerstag. Und da müssen wir nur einfach hoffen, dass es besser wird. Weil... Was soll man denn sonst tun? Und wir müssen nur einfach hoffen, dass wir einen angenehmeren Gegner kriegen. Ähm... Ist so. Weil da war heute einfach für uns nichts machbar. Oder für mich nichts machbar. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Super Defense letztes Mal. Heute war die Defense nicht so schlecht. Ähm... Aber unsere Offense, mit der haben wir diesmal nichts anfangen können. Also... Seine Defense war einfach viel zu stark. Viel zu stark. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns nächsten Sonnastend wieder. Zum nächsten Spiel hier. Bei Madden NFL. 20. Ultimate Team. Ciao mit V. Und wir sehen uns nächsten Mal.